Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, man kann es gar nicht oft genug wiederholen, jede Plenarsitzung beweist es auf neu, die AfD wirkt. Etwas mehr als vier Monate nach der unbegründeten und sinnlosen Ablehnung unseres Entwurfs eines Gefährdergesetzes legt die Landesregierung nun einen nicht zielführenden Entwurf vor, der angesichts der offensichtlichen Nachahmung, aber auch bezüglich handwerklicher Schwächen zu diskutieren sein wird. So heißt es in dem neu einzufügenden § 8 Absatz 5 PULG, sofern die drohende Gefahr bestimmt und geeignet ist, die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, handelt es sich um eine terroristische Gefahr. Wie darf man sich das denn bitte schön vorstellen? Wann ist nach Ihrer Vorstellung die Bevölkerung derart eingeschüchtert, dass die Vorschrift greift? Wollen Sie den Menschen einen Fragebogen aushändigen, auf dem Sie ankreuzen können, wie eingeschüchtert Sie sich angesichts einer drohenden Gefahr fühlen, so zum Beispiel a sehr eingeschüchtert, b ein bisschen eingeschüchtert oder c eher nicht eingeschüchtert? Wer weiß denn schon so genau, wann sich die Bevölkerung eingeschüchtert fühlt? Ist sie heute eher mutig oder ist sie infolge Ihrer Politik eher verzagt? Der Tatbestand ist zwar gut gemeint, allerdings realitätsfern und damit untauglich. Nehmen wir § 20c des Polizeigesetzes. Die Einführung einer Telekommunikationsüberwachung wird der neuen Gefährdungslage der ausländischen bzw. des islamischen Terrorismus nicht ansatzweise gerecht. Wir sind Zeuge einer unredlichen Symptombekämpfung und alles, weil Sie nicht bereit sind, die Grenzen zu schließen, Abschiebungen durchzuführen und dem Rechtsstaat auf diese Weise Geltung zu verschaffen. Zudem, meine Damen und Herren, die erste praktische Hürde Ihrer Telekommunikationsüberwachung stellt bereits die Sprache dar. Ist denn geplant, gleich nach der Einreise der Menschen dieser Welt nach Deutschland Übersetzer für jede Sprache dieser Welt zu generieren? Was passieren kann, wenn man den Bock zum Gärtner macht, haben wir Ende letzten Jahres aus der Berliner Polizeiakademie erfahren. Dort fühlen sich viele künftige Polizisten eben nicht dem Schutz der Bevölkerung, sondern ihrem kriminellen Familienclan verpflichtet. Ich mag mir nicht ausmalen, was geschieht, wenn ein als Flüchtling getarntes IS-Mitglied die Telefonate der Salafisten-Szene in Duisburg oder Essen observiert. Das ist doch völlig lebensfern und es ist auch zum Scheitern verurteilt. Aber nicht nur die Laschet-Regierung, auch Icarus hatte so seine Ideen. Nun zur Videoüberwachung. Schon wieder reine Symptombekämpfung. Neben Kriminalitätsverlagerung sowie dem massiven Eingriff in die Bürgerrechte haben Sie sich einmal gefragt, mit welchen Leuten Sie die Überwachung durchführen wollen. Die Landesregierung bekommt ja mangels Masse und schlechter Bedingungen nicht einmal genug Einstellung für die Justiz auf die Kette. Wer entscheidet eigentlich darüber, welches Gebiet sicher sein wird, sichern nicht die betroffene Bevölkerung. Weiter. Die sogenannte Einführung von Anhalte- und Sichtkontrollen ist nicht durchdacht und am Thema vorbei. Sie erschweren der Polizei vor Ort erheblich die Arbeit, da jede diesbezügliche polizeiliche Maßnahme nun unter dem Vorbehalt der Rechtfertigung durch die Polizei steht. Lassen Sie endlich Grenzkontrollen zu, dann sparen Sie sich das grenznah und ersparen Sie uns damit Ihre Potemkin'schen Dörfern. Den möglichen Einsatz von Elektrodistanzwaffen begrüßen wir. Der Vorschlag der elektronischen Fußfessel ist zu großen Teilen von uns abgeschrieben, ähnlich beim Unterbringungsbewahrsam für Gefährder. Hier wollten wir bis zu drei Monate, Sie schlagen nun bis zu einem Monat vor. Das ist zu kurz gesprungen. Mit Ihrem populistischen Entwurf machen Sie ein scharfes Schwert stumpf. Da allerdings etwas Licht im Dunkeln zu erkennen ist und wir gerne bereit sind, der aktuellen Landesregierung weitere Tipps und Vorschläge zu unterbreiten, stimmen wir der Überweisung zu. Aber eigentlich zeigt die Halbherzigkeit dieses Entwurfs nur Ihr Dilemma. Schließlich Sie wollen das Gesetz im Grunde nämlich nach gar nicht. Schließlich erklärte Ihr Innenminister Reul mit Blick auf die aktuelle Kriminalitätsstatistik Nordrhein-Westfalen bereits als für sicherer. Doch anscheinend glauben Sie den Statistiken genauso wenig wie wir. Schönen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.